hmm hmm lecker Mandeln Rocket League Mandeln ja ja ich bin bereit wutsch Mandeln ja alter wir haben nicht türkischen Wohnen sondern wir verkehrten Lukom heißt das hm Lukom heißt das das ist ähm so ein Sirup mhm so ähnlich wie türkischer Honig Erdbecker Geschmack und Ramona hat das mit Pistazie geil alter boah lecker Pistazie Alter der türkische Laden ist echt geil alter also richtig leckere Sachen das Rindfleisch war echt ultra alter deswegen bei der nächsten Grillparty auf jeden Fall auch das ist mal oh alter wir sind ja direkt drin oh da gibt's definitiv ordentlich lecker ähm sonderfleisch achja oh Gott ich hab grad äh die ähm die Seite verwechselt also ich war grad richtig verwirrt oh neu ich hab den da nein gib mir ne Mandeln hm mhm schade alter 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 was ist los das gibt's das gibt's noch nicht alter wir müssen auf diese scheiß Teile passen die sind direkt da drüben denn aktuell so läuft das so läuft das zusammen reingepriegelt ich hab den auch schnell weggeschossen mach mal Platz dann das Rind das Rind war echt richtig ultra alter also boah ich bin eigentlich nicht so der Bullen-Fan ähm ja Bulle ist ja ich mag den eigentlich so der Weiteren so nochmal oder so weil das schon bisschen älter ist aber das ist schon bisschen älter das ist wahrscheinlich Jungbulle ist ja ne ist ja nicht so also wie zart alter boah krass alter Ramona hat sich irgend so'n Käse geholt der schmeckt wie Gouda so'n bisschen alter so'n kleinen Käseleiter voll süß Käse so'n so'ne Art Backkäse oder wie? nein wie so'n Gouda so'n bisschen cremiger und sahniger sachtig aber irgendwie so richtung dauer und was für eine Riese ist das? das war weißt du nicht türkischer Riese dann glaube ich nichts deutsches drauf auf jeden Fall sie hat er gefragt und sieht er ungefähr schmeckt und dann sagt sie sie kann man so vergleichen bisschen mit Gouda halt und hat sie mitgenommen so'n kleiner Käseleib alter ich glaub 2x3x3x3 oder so sah richtig niedlich aus ey so'n oh alter naaa oh nein oh neeein aufgelist oh alter aufgelist ich hab auch ich hab auch geholfen mhm ja ah ne scheiße verpasst jetzt 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 ach das war zu stark sorry ok naja das war nicht so noch ne Mandel ah Mist scheiße oh alter alter was machen die da oh scheiße pam ah scheiße oh was oh nice ich wollte eigentlich gerade sagen verdammt da kommt doch ein bisschen zu schnell ja aber der ging perfekt mhm entschuldige man muss sich die Geräusche immer machen weil das ist so lecker ja ich weiß nicht so was für ihn machen aber ich liebe Mandeln oder generell so Nüsse oh Mandeln, Nüsse, alles mögliche oh Mandeln, Nüsse, alles mögliche ja was denn sie sind mit Honig gerastet da lass ich doch nur das können wir mit Kacki gerastet sein boah nein nein ich hab Pümpel ich wollte dich reinziehen ähm ja reichweite oh Gott das ist das ne alter ernsthaft boah alter was schade nein na oh alter alt jahre er hat die wer das glaubt da war nicht mal ne B und so rander lass sie ran da denn wie sie will ja man 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 lass sie ran da mit ne ne parade ernsthaft boah scheiße ne hast du du hast äh stacheln ach ja 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 spring sehr schön zu hoch aber das geht sehr gut ich hab ja schon gedacht rum hm 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 ja hm 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 wieder mann die spezialität mit honig gerüstet das ist mein auto ich bin eigentlich gar nicht mehr so schön ob ich das auch nicht direkt hinter die bin ich habe ich habe mich haben ich wollte gerade sagen boomer aber weg da ich wurde getauscht schade alter bürger spiel torrat das ist ein wort das sind zwei worte er wird gleich am ende sein also ein tor schießen jetzt ja warum hat er ihn geschossen das war doch ein blindergewinn dass wir nicht rein mandel ich hoffe du erstickst an der füge mandel was war das denn hört auf mir ständig zu geben ich glaube die habe ich einmal so getauscht dass ich die ganze zeit für die gespielt habe ja die haben ich glaube ich einmal getauscht dass ich voll die seite verwechselt habe und ich wundere mich warum warum fährst du auf einmal auf unser tor zu alter scheiße ich muss mich mal mehr konzentrieren nein ihr blöden turbo wichser mit der reingegangen ja ja ich weiß alter wenn du den da das war extrem riskante das wird man schon als treten das hat geklappt also ruhe ich habe aber auch gedacht dass der reingehlt nein sehr schön weiter geht aber rein WHAHOWHAHOWHAHOWHAHWHAHOWHAHOWAHOWHZ Alter Schwede So läuft was hier eigentlich gut Oh scheiße Das war der Feed, Alter Nein! Ich wollte gerade Pumple aktivieren Oh alter Ich warte noch mit Pumple Ich hab auch Pumple Ah, schade ich dachte gerade der Geld geht rein Nee Nein Da waren ja wirklich Leider dran Ich hab den aber rausgeholt ich habe ja aber auch der ja aber auch der hier das ist halt leider macht nix die fehler ist aber volle kann ich habe doppelklick nach vorne gemacht wenn ganz behindert gesprungen anstatt wie heißt das hier schön nach vorne durchzuziehen was ich bestelle stehen und das passiert mir auch ständig dass ich den joystick rein ja bei dir ist es ja auch noch mal du bist behindert alter ja keine chance ja was soll ich da machen ach der hättest du noch halten der war perfekt geschossen ich lande immer feist schade der werbe auch wieder daneben ich krieg das mit den anwinkeln ich weiß ich wiederhole mich erst wenn den typen verfahrt au stacheln ja immer noch stacheln immer noch stacheln und er hat es verkackt ich bin drüber geflogen neun was macht nun der eine ich dachte gerade boah ich habe gedacht der fixe hat wie es der fremd der naja ach der ist da hingerollt also karte mhm 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 der fahrt ja mal ein handy da mit der andere das bringt ja auch jetzt nicht richtig hm mhm der eine trägt gegen uns vielleicht ist das ein anderer jetzt ne das ist der gleiche wie früher ah nein jetzt stacheln uah nein nein was war das denn sehr gut alter alter hat's du hast hihihi er hat hihihi er hat hihihi vergrabs da er hat dringend hihihi hihihi heihihi er hat hihihi hihihi er hat hihihi 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 Du strichmache Du strichmännchen Du stricher